Ooooooh Haa 1, 2, 3 2 42 2 So Klinge fest, fuck Nochmal 2 und Oh Nicht 43, sondern 42 genau Und 31 62 Mh 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 Okay Wollte schon sagen, was ist das denn jetzt gewesen? Ja, ich hab grad auch vollen Schrecken bekommen Aber War ja ne Falschmeldung Ja Für unseren Kopf Ich dachte so Wenn du's tot? Oh, da hättest du geschrien Geschrien Achso Neeein Ich bin tot Nein, nein, nein Boah ey Wieste? Genau so ungefähr Mich entdauernd runter Die Arschlöcher Aber bitte dich, Mensch Kannst du dir immer Arschlöcher sagen? Arschlöcher Okay Arschlöcher Äh Wo noch h 1 Oh Hier 1, 2 Noch ein H Was fehlt denn? H Dürf nichts fehlen H Nochmal 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 Ah, da müsste noch reinkommen Ja, das haben wir auch schonmal Hier sehen die mich eh grad nicht Und dann so Und dann so Nein, tot Was hab ich Nein Tot Ist jetzt dort? Nein, die kick mich immer wieder runter Ja, mein Süß Deswegen nein Scheiß für mich das immer war Und 5 Und 10 mal K Habe ich noch K irgendwo? Wie kacka rot Ich such grad schon mein Handy Ich reiß die Tore ab und dann samm ich alles auf K Zwei mal K nur noch, wie krieg ich denn K Okay Ne, K Durch Kartoffeln unter Hühnchen Braten ist Oh, dann Dann hol ich mal Ah, ich tu mir eben alles wegsortieren Okay Noch mal, okay Dün 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 Pam, pam Das ist schön, wenn man ein paar Backs dabei hat Ja Mir reicht eins, ich brauch noch nicht mal so viel Ja, ich mein, wenn du hier zugange bist Ja, gut Kannst du noch alles abklopfen, was du hast da unten Jetzt kann ich mal nach, schau mal nach den Kartoffeln Das kack grad wieder ab bei mir Oh Ja, und du warst grad kurz am lecken Centus Du leckst Schön Centus Das nicht weiss Ja, ist doch gut Ich wollt's ja nur schreiben, weil ich dich nicht verstanden hab Ja, jetzt geht das so wieder, du Apfel Ja Dann schreib's mir Ich muss so stark eben meinen Quach benden Aber irgendwie fing das wieder an rumzuspenden Okay Ich glaub ich sollte nebenbei nicht mit dem Video Splitter arbeiten Nee Jetzt bist du erst rausgeflogen, what the fuck Das liegt nämlich da dran Normalerweise ist es da mit Weil jetzt startet nämlich grad das neue Okay Weitermachen Ja, ich muss alles erst mal rendern Das sind 10 Stunden die wir rendern müssten Ja Oh, da hast du auch schon angefangen Ich muss mich auch noch rendern Achso, okay Ja Das muss ich doch teilen Das sind Hast du da Unten bei den Bienen, hast du da rechts Holz hingesetzt? Ja Das sehe ich von dir Ich hab's vergessen mit dem Ei Ich hab's angeklickt, dass es da gelandet Ahhhh Hmmmm Dieser Mensch 30 Kartoffeln rausnehmen Ich bin ein guter Mensch 16 bauen wir an 16 Kartoffeln Weizen bauen wir nicht mehr so viel an Du bist kein... du bist ein guter Mensch? Okay Du bist behindert Nee Kartoffeln sind am wichtigsten Centros has joined the game Ahhhh Gut, dass ich eh schon alles aufgesammelt hab Und? Minecraft hat wieder schieß gesagt bei mir The fuck? Ja Ja Du hast es auch so mit Minecraft heute, ne? Irgendwie ja Aua, warum springe ich eigentlich? Aber das... Liegt wahrscheinlich an diesem Splitting Programm Ich wollte grad das Golden Holding Pack reinschmeißen In den... In die Maschine Aber ich glaub das wär nicht kaputt gegangen Mhm Habe das neue Idee gehabt Starten der Arsch Karotin So... 10, 10, 10 Arbeitet er doch noch dran Eins... 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 Lalalala... Haben die halt ein bisschen Spaß mit grad Ach... Ist doch nicht schlimm Blende es einfach... Hier ist eine Werbung Fosgene Äh... Ist ja ganz schlecht mit Musik Fosgene... Du hast keine Gene, das weiß ich Oh, das hab ich sogar, dieses C Also brauch ich... 10, 10, 20 Super, dass du wieder rülpst Sag ich nicht Nein... 10 10 10 Warte mal, ist das hier auch drinne? Ja 1, 2, 3 Danke Äh... Das sind wir raus, das sind wir raus Hä? Zeit? Boah, weiß ich nicht Ich hab einmal... Ich hab wieder zwischendurch gecuttet Ich cut immer Ja, aber jetzt meine ich Wegen... In welcher Zeit Wie du jetzt stehen hast 18 Minuten Wenn wir generell eigentlich, ne? Na ja, mal... Mehr, weniger Glaub ich zumindest Ich hab einmal... Ja, also ich hab insgesamt immer gecuttet Damit Zeit... 1 Stunde 10 1 Stunde hab ich jetzt bei mir Ja Immer so 1,5 Stunden Pass ich ein Lied Ich hab mich grad verarschen Schon wieder? Mach hier kurz nen Cut, Leute Bis gleich Bis gleich, Zeit, wasser Ich mach noch weiter Kann ja noch ein bisschen quatschen, der alte Vogel hier Ich hab jetzt Maul Äh... T-Docs aus spinnenaugen oder selbst erstellen 20 prozent aus spinnenaugen zu bekommen ist natürlich riskant aber ich glaube wir haben spinnenaugen sollten genug spinnenaugen haben ja ich guck mal wie viel das jetzt insgesamt sind acht stunden 16 minuten alles jetzt auch von gestern da oder mit gestern alle weiß ich lange wieder am schneiden sind und keiner ehrt das ohne gestern die stunden 55 heftig so acht heteroxin habe ich schon das zweistellig her 116 16 ich brauche das ich bin wieder so schön